Wir starten bei Einstieg 3. Bojen zeigen uns den Weg zur Riffkante. Gleich beim Rausschnorcheln begegnet uns ein Riffhei im flachen Wasser. Bei Flut könnte man fast überall zur Riffkante rausschnorcheln, bei Ebbe würde man aber doch etwas an den Korallen schrammen. Wir haben die Riffkante erreicht und schwimmen sofort inmitten von Fischschwärmen. Sogar Schnorchler könnten die Vielfalt beobachten. Nachdem wir kurz die Schwärme beobachtet haben, tauchen wir die Steilwand ab. Reti Beach hat an der Westseite eine durchgehende Steilwand. Im Süden reicht diese bis knapp an 30 Meter Tiefe. Je weiter nördlich man kommt, geht es noch ein paar Meter tiefer. Die Einstiege sind ca. alle 200 Meter markiert. Beginnend mit Einstieg 1, ganz im Süden, sind diese im Uhrzeigersinn weiter nummeriert. Einstieg 2 oder 3, mittig von Reti Beach, haben sich als die besten Einstiege erwiesen. Wir starten meist bei der Nummer 3, da hier der Gehweg zur Basis am kürzesten ist. Zudem haben wir die Wahlmöglichkeit, die Tauchrichtung in Abhängigkeit der Strömung zu bestimmen. Meist tauchen wir einen Tauchgang lang nur von einem Einstieg zum nächsten. Wir hatten aber auch Tauchgänge, bei denen wir von Einstieg 3 bis an die Nordspitze bei den Wasserbungalows zu Einstieg 4 in 30 Minuten getaucht sind und dann mit der Strömung in 25 Minuten wieder bei Einstieg 2 bei der Sunset Bar rausgekommen sind. Zudem haben wir die 1 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 Musik 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 Gebändete Scherengarnelen sitzen in so manchen Ritzen, also man muss sich schon etwas Zeit nehmen und in die kleinen Öffnungen sehen. Man darf sich jetzt keine großartigen Highlights erwarten, aber am ganzen Riff findet man ständig irgendeine Kleinigkeit zum Filmen. Musik 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 Seltsamerweise sind wir beide oft das einzige Baditeam, das an der Westseite die Steilwand abtaucht. Musik Einmal fragt uns sogar ein anderer Inselgast, ob man hier tauchen kann. Es hat fast den Anschein, dass die Basis lieber Bustauchgänge verkauft und auf die Steilwand gar nicht hinweist. Wir haben daher das ganze Riff für uns alleine und natürlich Zeit auch Nahaufnahmen zu machen. Man merkt, dass sie generell wenig Taucher unterwegs sind. Die Fische sind noch gescheuer, als man das von anderen Riffen gewohnt ist. Musik 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 Meist ist die Strömung so gering, dass man sich auch den kleinen Tieren widmen kann. Mit ausreichend Licht kommen auch die Farben gut zur Geltung. Musik Manchmal hätte ich dennoch gern eine stärkere Lampe. Lediglich der Preis und das Transportgewicht hält mich immer wieder von einem Kauf ab. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020